Willkommen bei Mexiko Anleitungen & Tutorials. Heute zeige ich dir, wie du an deinem Windows 10 Computer die Schrift und andere Elemente vergrößerst, so dass du sie besser erkennen kannst. Dazu machst du auf dem Desktop einen Rechtsklick und klickst auf Anzeigeeinstellungen. Ich zeige dir zuerst schnell wie es falsch ist. Viele Leute gehen nämlich hier unter Erweiterte Anzeigeeinstellungen und stellen dann hier als Auflösung eine kleinere Auflösung ein. Standardmäßig sollte hier die richtige Auflösung für deinen Monitor ausgewählt sein, also die native Auflösung. Die kann er nämlich am schärfsten und besten darstellen und alle anderen Auflösungen kann er zwar auch darstellen, diese werden aber skaliert, das heißt berechnet und die sind dann nicht ganz so scharf wie die native Auflösung. Die native Auflösung erfährst du übrigens zum Beispiel aus dem Handbuch, aus den technischen Daten deines Monitors oder Laptops. Die andere und die richtige Methode ist es hier auf dem Desktop einen Rechtsklick zu machen und wieder auf die Anzeigeeinstellungen zu klicken und dann hier unter Anzeige anpassen einfach diesen Schiebregler zu bewegen. Hier steht ja schon Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern. Momentan ist bei mir 100 Prozent eingestellt. Und ich kann jetzt diesen Schiebregler hier mit der gedrückten linken Maustaste packen und kann zum Beispiel auf 125, auf 150 oder sogar mehr Prozent stellen. Wie viel geht, das hängt jeweils auch von deinem Computer ab. Ich mache jetzt mal 125 Prozent und klicke dann auf anwenden. Und wie du siehst, sind jetzt die Schriften und die Symbole hier unten und alles schon wesentlich größer. Man kann sie viel besser erkennen, aber die Darstellung ist trotzdem noch scharf. Das ist jetzt hier nur eine Vorschau. Wenn du das fürs ganze System sehen möchtest, wie das dann aussieht, musst du dich jetzt erstmal abmelden. Dann meldet sich dein Computer ab. Hier kommt wieder dieser Sperrbildschirm. Du weißt ja einfach Linksklick machen. Dann geht der weg. Dann falls vorhanden, dein Kennwort eingeben und bestätigen. Und nun hast du alle Elemente größer. Auch hier diese Schriften auf dem Desktop und natürlich auch das Startmenü und sämtliche Symbole überall werden jetzt größer dargestellt. Wenn du das nicht mehr haben möchtest, einfach wieder Rechtsklick auf den Desktop, Anzeigeeinstellungen auswählen und dann hier auf 100 Prozent zurückschieben, auf Anwenden und wieder abmelden und so weiter. Und dann sieht dein Desktop die Elemente, Symbole und das Startmenü wieder so klein aus, wie es normalerweise ist. Solltest du noch Fragen haben, poste sie unten in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Keine Angst, das kostet nichts. Das bedeutet nur, dass du von YouTube informiert wirst, wenn es von mir neue Videos zu sehen gibt. Und hier findest du mich im Web, bei Twitter und bei Facebook. Bis zum nächsten Mal bei Mexiko, Anleitungen und Tutorials.